Nein. So, willkommen zurück. Juhu. Ich hoffe, dass es sich gleich hier ruckeltechnisch einfach ein bisschen... Guck mal, jetzt hat es sich auch schon wieder eingekriegt, ne? Wo wir gerade von reden. Hier läuft es wieder flüssig. Allerdings, ganz leicht verzögert. Also, ganz leichte Zeitverzögerung. Aber, pff, das ist ja egal. Das kriegt... Das sieht man ja nicht. Meine Reflexe sind eh viel zu langsam. Ah, jetzt geht es echt wieder. Was ist mit diesem Let's Play? Ja, das mache ich gerade tatsächlich. Ich mache gerade Let's Play zu. Resident Evil 7. Das ist richtig. Ähm, ja. Was auch immer. So, Rave Party. Ich bin dabei. Okay. Tot. Der Kodierung war tot. Ja, ich werde nicht aus, dass ich die Frontkamera öffne. Ethan. 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 Ethan, Ethan. Halt auf, halt auf, halt auf. Ich habe etwas für dich. Looky, 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 see I've got. You know what this is for? You know what Zoe wants to do with this? Hier mit. Ja, sieht sogar ein bisschen aus wie du, finde ich so. Kurze Haare. Hat Augen, Ohren, Mund. Das ist schon krass. Das ist nicht speziell. Nimmst du die Fingern hier raus? Genau wie du! LCS, Liberty City Stories übrigens hat er auf seinem Pullover stehen. Sein Verweis auf mein nächstes Display. Nein Spaß. Was kommt dieses Jahr noch? Hoffentlich. ...underen Sperr im Augenblick auf dem Filthy, rotten Haus, all you all looking for them ingredients, but you ain't going to find a goddamned thing, Ethan! You want to make that serum? Ooh baby! You're gonna have to come through me! You hear? Now come on, Ethan. What do you say? Fuck, I just don't give a fuck. Okay, aber das ist neu, oder? Da kam ich von, ne, von da kam ich, ne? Ja, so 100 flüssig läuft's, glaube ich, nicht, das Bild gerade, aber ist mir jetzt egal. Also mit flüssig meine ich jetzt nicht aus 60 FPS. 30 haben wir auf jeden Fall. Aber ich bin ja eine Qualitätshure, deswegen mich traurig. Oder so. Spongebob, Bikini Bottom Series, äh, Series, genau Leon, Stories. Ich hab eigentlich auch Storys gelesen, aber ich hab irgendwie gerade Series gesagt. Telltale Game Series, oh weia. Ich glaub, das explodiert wir nicht da, das lassen wir mal. Video ich mich, so dug ich mich. Hallo. Oh, warte mal. Brrrrrr. Das wollen wir hier nicht, äh, liegen lassen. So. Das war ganz schön knapp, ich war schon ganz schön nah dran. Okay. Ach, ich bin die ganze Zeit nicht, ich bin die ganze Zeit auf mein Bildschirm gucken, ob mein zweiten, ob es nicht ruckelt, aber, das geht schon. Ja, ich glaube, ich lass einfach mit PC spielen, nur noch Konsolenspiele auf meinem Kanal. Gib auf. Nein, aber, ist halt, ist halt schon nervig. Oh. Ich bin einfach Dinge, ruckler geschehen, die man sich einfach nicht erklären kann. Ah! 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 Ich war vorsichtig. Ich komm mit der Entzug. Hey. Autosaves sind eine tolle Erfindung. Okay. Versuchen wir es auch einfach nochmal. Also richtig Zünder ballern? Ja, hab ich auch schon gedacht, ich hab Angst, es sind alles um mich herum explodiert. Na, komm. Dann zusehen wir es einfach hier direkt. Ja, okay. Das geht. Uah! Woo-¡Woo-Woo-Woo. Du hast es getroffen. Ah! Ja, hab ich auch schon gedacht. Das funktioniert, in der Tat, alles explodiert. Also für euch muss ich natürlich jetzt nicht... Hoppala, fast da mal reingelaufen. Muss ich jetzt echt nicht alle kaputt machen. Ich mach es mal, weil vielleicht bin ich später in meinem Brain abgeholt und vergesst es und dann lauf ich da rein und dann... wieder alles für den Arsch. Dann mach ich jetzt aber, wenn dann auch alle kaputt. Genau. Diese Kiste hat mir ja schon sehr suspekt hier, ne? Okay. Oh ja. Das war fies. Aber ich lade nicht neu. Sowas gibt es bei mir nicht. Ich möchte auf mein Legacy of Kain Let's Play verweisen, bei dem ich ungefähr jedes Mal neu lade, wenn mir nur irgendeine Kleinigkeit passiert. Äh... Okay. Sieht nicht so aus, wenn ich hier reinkomme. Hier kann ich jetzt durch, ne? Wofür musst du das Messer sonst so? Brauchst du das noch? Ja, für mein Messer Only Run. So. Ich hab voll viel frei. Ich pack mein Schwert nicht weg. Meine Kriegerklinge. Ich hab voll viel frei. So, was ich jetzt hier? Ich weiß nicht. Das ist eine Pfeil von Passwort, oder? Hm, warum solltest du 0814? Nein, nein, nein. 06... 2, 1. Nein, 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 nein. Es ist 0514. Oh, komm mal. Geh mal, du wirst. Du wirst nicht wissen. 1, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 3, 2, 1. Hm. Tja, das Passwort hat leider kein Glück gebracht. Uh. Huh. Hat man das Passwort vielleicht auf dem Video gesehen? Äh. Hast du ernst gemeint? Also, weißt du das, dass man das da kriegt? Das wäre übel. Ich weiß es nicht. Hm. Kann ich ja dann da mal, äh... Irgendwie... Oh, als ob sich wieder was explodiert ist. Oh, ich hab komm damit genommen. Oh. 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 Oh, gut. Hm. Also, ich war ja eigentlich... Ach, keine Ahnung. Losers Passwort mole. Ja, ich habe 689 eingetippt. Hast du richtig gesehen? Ich hätte es übrigens auch ein anderes, hilfreicheres Ende bei dem Video in Erinnerung. Hey. Tja, leider bin ich verbrannt. Aber das ist dann halt so, ne? Manchmal verbrennen Leute einfach. Es passiert. Ach, hätte ich hofft. Hallo, I guess. Ich wusste, dass es passiert. Ja, what the fuck. Ich fand es ganz lustig. Ich glaube, ich bin im letzten Darf ich dich löschen? Ja. Ich glaube, ich bin im letzten Stream überhaupt einmal gestorben. Tatsächlich. So, das Ding nicht kaputt waren. Ich werde ja kommen später hier und dann so, oh, da ist er noch eine Kiste, Mama. Hm. Ich bin im letzten Stream einmal gestorben. Deswegen lief voll gut der letzte Stream. Ich war voll glücklich und jetzt sterbe ich hier wieder in einer Natur. Oder was ist da los? Hallo. Komm, spring mal rein. Oh Mann. Oh, er ist tot. Okay. Würde mich schon beschweren, dass, äh... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Moment. Machen wir so. Das trifft mich doch von hier. Kettenreaktion. Ich habe auch Hitprotection. Sehr schön. So, wenn das jetzt auch explodiert, dann fahr ich nicht aber. Es explodiert, aber es hat mich nicht getroffen. Was? Das ist jetzt doch explodiert. Da war doch gar nichts mehr. What the fuck? Alles explodiert hier. Geil, Geld. Liebe, Geld. Das war wieder so eine geile Spritze hier, ne? Genau. Erstmal geben den Schuss, ey. Was von Wendigo. So, wieder da. Hallo, mein Mond. Hallo, meine Sonne. So, geht wieder. So. Wo sind wir denn hier? Wir sind schon ein bisschen im Schweinestall gerade, ne? Check ich jetzt auch mal so langsam. Es ist zu dunkel. Hi. Aber nicht zu dunkel. Nicht zu sehen. Könnte ich auch drauf verzichten. Ja, unser Stern. Die Tatsache, dass ich gerade kein Damage bekommen habe, ist irgendwie schon, ich grenze ein bisschen an ein Wunder. Brennen. Verschwinde einfach. Mein Gott, ey. Wie viel Munition habe ich gerade verschwendet? Die Antwort könnte sie beunruhigen. Ah, jetzt hab ich geflogen. Ja, also stimmt, ich gehe kaputt gerade. Oh, ne. War es gerade so eine Resi-4-Infektion, so heißt das Wort. So, dass da noch was fetteres gerade rauskam. Ich weiß, ich kann mich verpissen. Da hab ich so viel Muni verspende. Die sollen die auch verschwinden. Oh, Alter. Ja. Lad es nach, du dummes Ding. Ich sehe weniger als nichts. Meine Fresse. Alter. Ich glaube, Neuladen ist eine gar nicht so schlechte Option. Alter. Ich gehe kaputt. Sowas knallert hier rum. Ja, und das ist der Stern, der uns zusammengeführt hat. Das ist irgendwo wahr, glaube ich. Irgendwie ist eine Sache in meinem Leben erreicht. Oder hat mein, mein, meine, mein Internet, mein Internet-Dasein. Das klingt auch schön. Gibt es einen Sinn. Ganz schön schief zusammengezimmert hier alles. Vielleicht könnte mein Papa besser. Hi. Ich hab ganz schön viel Muni und ganz schön viel Leben verloren. Und ich finde es echt nicht so geil gerade an den Gegnern. Ja, schön. Geil. Bald kann ich mir die Magnum nicht leisten. Hm. Oh, warte mal. Sah das Schatzfoto nicht irgendwie so aus? Ich gucke mir das gerade mal an. Ne. Sah anders aus. Okay. So. Ja, Spaliergang. Trotzdem. Passt schon. Was, mein, der explodiert die Kiste? Nein. Ich bin begeistert. Einmal leben. Besser als keinmal leben. Äh. Ja. Hey, ich kann mir stärkere Heilung machen. Oh, es ruckelt wieder ein bisschen. Ach, schön. Schön, schön, schön. Muss ja auch ab und zu einfach mal sein. Verstehe ich nicht. Aber egal. Aua. So, ich packe mal mein Handy für heute weg. So früh schon. Batterie. Hm. Es ist immer schön, Items zu finden und nicht zu wissen, wo man sie benutzen kann. Schön. Crowd. Kann man das irgendwo dran erkennen, ob die explodieren oder nicht? Bestimmt. Aber ich nicht. So, ich mach mir mal hier fette Drogen. So. Fette Drogen sind besser als unfette Drogen. Also irgendwie ruckelt es manchmal. Also ich verstehe halt nicht, wovon das abhängig ist. Vielleicht hat es letzte Woche auch manchmal so geruckelt und ich hab es einfach nicht gecheckt. Aber eigentlich immer, wenn ich hinguckte, blieb es eigentlich wunderschön. Also keine Ahnung, was diese Woche los ist. Spiel hat irgendwie seine Tage, aber ist okay. Da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Geschweige denn, wo die Batterie hin muss. Wecker ist gestellig. Mein Wecker ist kein Handy-Wecker. Morgen ist Mittwoch, ne? Wir machen es schon immer dienstags. Das heißt, ich muss morgen nicht arbeiten. Schön. Ich werde das Video trotzdem liken. Das ist schön. Achso. Ich bin auch ein bisschen blind, ne? So. Bakterie eingesetzt. Bakterius operantus, wie mein Vater sagen würde an dieser Stelle. Ich werde sagen, mein Vater ist übrigens sehr lustig. Also mein Vater würde lustigere Videos machen als ich. Wollte mal, dass er als Gast dabei ist. Ich möchte nicht vollgekotzt werden. Das ist nicht so mein Fähnlich. Oh, Elfmeer ist looking at what the Wall is in. Oh, die hat auch so. Schwabbel. Würde ich bei ihm so lachen, wie am Samstag bei dem Video? Vermutig. Ich glaube, es ist skriptet, was hier gerade passierte. Moment. Die alte Resi-4-Taktik. Fettman, ja, Fettman ist auf jeden Fall ein schlimmer Gegner. Metal. Metal-Geserat. Ja, das ist selten streamed, ja. Welcome to the bossfight. Ah, Knöpfchen zum Drücken. Irgendwie, guck mal, hier ruck jetzt auch so leicht. Ich würde mir denken, dass es dann ist, wenn, keine Ahnung, viel Areal da ist. Zum Beispiel hier. Aber es ist nicht nur davon abhängig. Es ist... Oh, Codierung überlastet steht da mal wieder. Schön. Das ergibt keinen Sinn. Das ist irgendwas. Das liegt irgendwie am Spiel gerade. Irgendwas. Oder vielleicht wirklich am neuen Grafiktreiber. Vielleicht ist irgendwas mit dem nicht in Ordnung. Hat Nvidia immer mal wieder. Neuer Grafiktreiber und dann so eine Woche später... Oh, sorry. Wir haben irgendwas total verbockt. Mach mal hier. Boah. Hier, Patch. Mach fertig. Oder downgraded mal wieder, weil irgendwas haben wir verbockt. Hatte ich zum Glück noch nie Probleme mit. Aber vielleicht ist es jetzt mal der Fall. Ich weiß, dass es mal irgendwann so einen Ultra-Verbuckten gab. Den ich aber übersprungen hatte durch Zufall. Weil ich einfach viel zu lange nicht geupgradet habe. Und den dann übersprungen habe. Und alle Leute, die ihn hatten, hatten wohl extreme Probleme dann. Nvidia, gut. So, sie gehen raus. Und Mr. Nvidia. So, ich glaube die Folge ist... Ja, fast vorbei. Hm. Alter. Der PC rödelt aber auch gerade echt ein bisschen. Also... Gut, ich habe meine Mütze ja heute auf. Das heißt, äh... Meine Haare... Oder meine... Die Kopfhörer sind nicht Ohr umschließend. Das heißt, ich höre allgemein mehr von meiner Umgebung. Und der rödelt immer so laut. Das kann sein. Aber irgendwie denken wir trotzdem so. Eieiei. Aber gut, bei Cyberpunk war da auch immer so laut. Du bist als nächster dran. Okay. Wäre das ließes doof. Diese Woche ist ein 25 Stunden Resistream. Hm. Ah, nicht von mir tatsächlich. Vor allem im Monat einen halben Samstag zu blockieren, vielleicht doch zu viel wäre. Ah, aha. Einmal im Monat... Ist ja okay eigentlich, aber... Wenn er es dann einmal im Monat machen würde, ne? Ja, oder? Macht es halt wie jeder andere und streamt einfach wöchentlich und dafür halt nicht so übertrieben. Wird ja auch entspannt. Einfach so einmal in der Woche zwei Stunden oder so. Ich weiß, Dennis ist komisch und hat irgendwie keine Freizeit, der scheiß Workaholic. Machen wir mal... Manchmal echt ein bisschen Sorgen um ihn. Oh ja, aber heute wieder 30 Stunden in der Firma. Naja, ist okay. Aha. Ich habe es nicht so geschund. Einfach mal den Knopf drücken, Leon. Wie wäre es damit? So, ich würde sagen, ich beende jetzt die Folge. Die zweite für heute. Dieser Betriebene Streams finde ich irgendwie lustig. So nur bei ihm. Er hat auch irgendwie was, ne? Kann ich ja jetzt auch immer so machen. Ach. Aber ne. Ich hätte da nicht so Bock drauf. Wird sich auch nicht lohnen. Also gut, ne? Bis zum nächsten Mal. Äh. Vielen Dank.